Also der alte Traum des Cockpits, des Cockpits, mit dem man eine Information steuern, ein Unternehmen steuern kann. Und zwar in Bezug auf die Vergangenheit eine Analyse, damit man erkennen kann. Und in Bezug auf die Zukunft Prognosen und Frühwarnsysteme. Also der Pilot, der eine Meldung erhält, wir steuern in eine Schlechtwetterzone. Das ist das Frühwarnsystem, das MIS, das Management Informationssystem. Prognose, wenn wir so weiterfliegen wie bisher, dann steuern wir, und jetzt kommt das Frühwarnsystem, in eine Schlechtwetterzone. Das ist die Idee, das ist der alte Traum des Managements und die Hoffnung, dass die EDV das leistet. Weil die EDV Daten verdichten kann, wie sie kein Mensch verdichten kann. Das ist also die Idee.